Hallöchen meine Damen und Herren, das letzte CS2-Update ist schon eine Weile her, Patch-Notizen vom 21.12. Fehler behoben, durch den Spieler eine Granate für einen kurzen Zeitraum nach dem Wurf trotzdem rückerstatten konnten. Aber wie sieht es eigentlich mit Operation aus, Volvo? Ja, ich bin fett, aber ich bin immer noch ein intelligenterer Mensch als du, denn ich muss dich nicht beleidigen. Du schluss. In meinem letzten Video ging es ja unter anderem darum, dass für dieses Jahr, so 2024, wohl eine Operation geplant ist oder eine erscheinen wird. Jetzt sind natürlich schon einige auf mich zugekommen und haben gefragt, wann kommt denn die Operation. Auch gestern im Stream wurde gefragt, wann denn jetzt mit der Operation zu rechnen sei. Und hier kann ich direkt von Anfang an sagen, offizielle Informationen von Valve selbst gibt es dazu nicht. Viele gehen davon aus, dass sie nach dem Major im März damit rechnen können. Und das macht natürlich auch Sinn, denn so ein Major sieht viele Leute an, alle kommen an CS2 ran, wollen gucken und sehen die Skins, kaufen die Skins. Und es ist dann genug Trubel in CS halt einfach unterwegs. Danach ist es immer gut, wenn dann sowas Großes wie eine Operation kommt oder irgendein großes Update, um den Trubel bei Laune zu halten oder um noch mehr Leute ranzuholen. Und wer jetzt hier von dem Video sitzt und sich fragt, was ist überhaupt eine Operation? Ich spiele CS2 jetzt erst seit Beginn, also bin seit einem halben Jahr mit am Start und habe gar keinen Plan von der ganzen Geschichte. Eine Operation war bis dato ein zukaufbares DLC, also zum Beispiel Missionen oder irgendwelche Aufgaben, die man sich eben dazuholen konnte. Meistens für 13 oder 14 Euro, so circa. Diese Operations kamen meistens mit irgendwelchen Skins und Krustel und auch mit neuen Maps und sowas. Und dann hast du eben Missionen gemacht. Es gab Bot-Missionen, es gab dann auch Online-Missionen später, die du halt einfach auf Deathmatch-Server machen kannst oder auf Matchmaking-Server und so weiter und so fort. Als damals zum Beispiel dieser Premiere-Modus eingeführt wurde, den gab es, also für die ganz neuen, den gab es bei Go auch schon. Der wurde mit einer Operation halt frisch eingeführt und dann hast du halt da auch Missionen gehabt. Und Krustel-Wingman wurde damals auch über eine Operation eingeführt, das gab es davor auch nicht. Ja, deswegen hoffen eben auch viele auf diese Operations, weil sie glauben oder sich wünschen, dass halt was ganz Großes, Neues dazukommt. Wobei es auch sehr viele Operations gab, bei denen jetzt nichts Riesiges dazukam. Einfach Skins, Maps und ja, das war es dann eigentlich schon. Aber das ist meistens schon das, was den Spaß bringt. Also die ganzen Bot-Missionen alleine schon mit einem Kollegen zusammen, diese Bot-Wellen zu fighten, ultra geil. Die Missionen, die man online machen konnte, auf Servern, waren meistens so ein bisschen, da waren Gute dabei, aber auch sehr viel Beschissene. Also zum Beispiel im, ich glaube Casual-Modus damals, war eine Aufgabe, dass du dein Spray, dein Graffiti, in den gegnerischen Spawn reinsetzen musst. Und es gab natürlich Leute, die diese Mission dann schon abgeschlossen hatten und dich einfach abfacken wollten, indem sie sich in ihren eigenen Spawnstellen warten, bis du kommst und dich killen. Solche Sachen sind dämlich. Also alle Missionen, wo es darauf ankommt, dass der Rest auch mitmacht, sind schlecht. Ganz, 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 ganz früher, zumindest in meiner Erinnerung, bei den ersten paar Operations, waren die Bot-Missionen ganz groß, ein großer Bestandteil. Du bist über so eine Map gegangen und hast dort einzelne Bot-Missionen gemacht, mit einem Kollegen zusammen, gegen den Computer praktisch. Und das hat, das war einfach geil. Ab dem Punkt, als es online ging und du 50 Scheiben in 30 Sekunden zerschießen musstest, zum Beispiel. Ekelhaft, grauselig. Du spawst dann auf Office oder, wie hieß die andere Map? Ich glaube Agency. Und 10 andere machen die Mission auch. Das heißt, alle schießen auf die Scheiben und du musst auch... Das ist saudumm. Also ich weiß nicht, wie einem solche Missionen einfallen. Das ist mega dämlich. Also es macht keinen Spaß. Es ist dann eine richtige unangenehme Aufgabe. Es soll ja Spaß machen. Ich habe mich mit Roland damals durch die Bot-Mission durchgekämpft. Wir hatten einen riesigen Spaß. Es war einfach nur geil, diese Missionen zu machen. Die haben Bock gemacht ohne Ende. Weil du einfach mit deinem eigenen Rhythmus da gemütlich reinbröseln konntest. Und das wurde auch sukzessive immer schwerer. Und natürlich fragt sich jetzt schon wieder jeder, aber was bringen mir diese Aufgaben? Und was habe ich davon? Du konntest halt am Ende mit diesen erledigten Aufgaben dann zum Beispiel dir Punkte erarbeiten. Und damit konntest du kostenlos Kisten aufmachen oder halt Skins bekommen, die wiederum einen Wert hatten. Das heißt, du konntest bei vielen Operations durch Spielen das Geld wieder rausholen, das du in diesen Season Pass oder Operation Pass gesteckt hast. Und sogar noch ein bisschen mehr rausnacken. Wenn du halt Glück hattest. Also du konntest praktisch kostenlos Kisten öffnen und an Skins kommen. Die letzten Operations hatten so Sterne-Systeme. Du hast einfach Sterne bekommen für die Erledigung von den Aufgaben. Und konntest die Sterne dann einsetzen und dir halt davon dann was kaufen. Also dir einfach die Kisten öffnen. Ich weiß nicht, ob es das früher auch schon gab bei den ersten paar. Ich bin, ich glaube meine erste Operation ist 2016 geschehen. Oder 2000, Wildfire 2016. Ja, das war es. Wildfire war wohl meine erste. Sonst würde ich hier unten noch eine weitere sehen. Und natürlich kannst du diese Münzchen dann eben auch auf ein gewisses Level bringen. Bei Riptide habe ich zum Beispiel Gold gemacht. Also das ist, ja, du kannst es glaube ich bis auf Platin, nicht Platin. Mir fällt es jetzt nicht ein, aber du kannst halt auch sowas wie ein Prestigel-Level dann erreichen, indem du halt diese Mission durchballerst. Jetzt kommen wir aber nochmal zurück zum Anfang. Also wann kommt die nächste Operation? Feste Pläne gibt es dazu, wie gesagt, leider keine. Viele gehen eben davon aus, dass dieses Jahr dann endlich wieder eine neue Operation kommt, nachdem wir schon so lange keine hatten. Es gab Zeiten, da hatten wir zwei Operations im Jahr. Und eben auch jetzt Zeiten wie aktuell, wo wir halt irgendwie zwei Jahre lang keine hatten. Ich weiß nicht, wann Riptide kam. Ich glaube 22. Ja. Und alleine schon darum sagen halt viele, 24 ist das Jahr. Jetzt geht es wieder los. Content, Content, Content. In meinem letzten Video habe ich ja über Content-Updates generell gesprochen. Also auch Maps, Skins, auch Waffen, neue Messer und so weiter und so fort. Aber eben natürlich auch über die Operation. Und es kam jetzt halt lange nichts mehr Großes dazu, bis auf den Release an sich von CS2, was natürlich eine große Sache war, klar. Beta-Release hierbei noch angemerkt. Doch langsam aber sicher könnte ja was Neues kommen. Wichtig ist, wie gesagt, oder der Grund, warum es so lange dauert, ist, wie in dem anderen Video erwähnt, der, dass Valve an den Grundstrukturen des Spiels an sich nach wie vor arbeitet. Man sieht es ja in den Updates. Guckt euch allein die letzte Update-Nachricht an, das mit der Granate. Dass man die zurückerstattet bekommt, wenn man geworfen hat. Das war einfach ein Fehler. Und das zählt auf jeden Fall als grundlegendes Hauptkonzept. So was darf nicht passieren. Dass du eine Granate zurückbekommst, die du gerade geworfen hast, dass du ihn einfach noch einschmeißen kannst. Das ist natürlich Schmarrn. Also solche Sachen müssen gefixt werden. Das Spiel wird sich nach wie vor stark verändern in seinen Grundzügen. Beziehungsweise wird verändert werden müssen und gefestigt werden müssen, damit man danach dann darauf aufbauen kann mit Content-Updates. Das war bei CSGO nicht anders. Das war am Anfang ein komplett anderes Spiel als am Ende. Weil man immer wieder fette Updates vor allem am Anfang bringen musste, dass es gescheit lief. Das war am Anfang eine verschissene Hölle. Und zum Ende hin haben es die meisten, denke ich, mehr oder weniger geliebt. Ich denke, wir gehen alle mehr oder weniger davon aus, dass vor dem nächsten Major kein großes Content-Update kommen wird. Falls doch, sind wir natürlich alle positiv überrascht. Schön. Aber ja, wahrscheinlich dann eher danach. Das Major wird gefahren und richtig schön ausgeschlachtet. Und guck mal da, wer spielt. Und guck mal, wie die Spiele laufen. Wieder mit Coin. Man kann wieder auf die Spiele wetten. Und so weiter und so fort. Und wenn da der Trubel vorbei ist, dann denke ich auch, können wir mit Content-Updates rechnen. Und ja, euer geliebtes Danger Zone, ich habe keine Ahnung, wer Danger Zone wirklich gerne gespielt hat, wird auch wieder kommen. Man kann nur nicht auf einen brennenden Haufen scheut, der CS2 in manchen Sequenzen auf jeden Fall ist oder war. Da kann man nicht auf Danger Zone oben drauf hocken und sagen, so, man kriegt zwar Granaten zurück, nachdem man sie geworfen hat, aber komm. Man muss die Grundfeste erstmal festigen. Und eben im Kopf haben als User, wir spielen hier die ganze Zeit eine Beta-Version. Und wir sind alles Beta-Tester und machen ja gerade durch solche Videos, wobei meine jetzt sicherlich nicht von den Leuten von Valve geschaut werden, aber die größeren hier, Gabe-Follower, drei Klicks, Philipp und so weiter und so fort, hier der Eulenmann, Warhol, diese Sachen, die werden ja mitunter auch gesehen von Valve und dann machen die sich ran und sagen, oh, da ist ja wirklich noch ein Fehler, das müssen wir ausmerzen. Die ganzen Bug-Reports, die man schreibt, also Leute, denkt dann dabei auch, der Ton macht die Musik, einfach normal schreiben. Und dann weiß Counter-Strike, also das Team dahinter, halt, was es machen soll. Wobei die sicherlich auch ohne diese Angaben schon genug arbeiten. Aber es ist eben perfekt, wenn man so viele Beta-Tester hat, weil es halt viel schneller auffällt, wenn irgendwas nicht richtig läuft, als wenn du so einen kleinen Beta-Test mit ein paar hundert Leuten machst. Um dem Videotitel gerecht zu werden, ich denke, wir können Ende April, Anfang Mai, Mitte Mai, Ende Mai, so sukzessive mit einer Operation rechnen. Oder mit einem anderen, ähnlich großen Content-Update. Also halt dann Danger Zone obendrauf, wo wir mit Danger Zone scheißegal ist. Aber diese Sachen, sowas könnte natürlich auch kommen. Vor einer Operation. Oder Maps oder irgendwas. Skins, neue Waffen. Alle flippen immer aus. Juhu, neues Knife. Ich will eine verschließen Operation. Ich will Bots erschießen können. Ich will Bots erschießen. Ja, das wäre es dann von meiner Seite aus wieder gewesen. Aber halt, Giveaway. Beim letzten Mal gab es für euch ja dieses StatTrak CZ 75 Auto Eco im Giveaway zu gewinnen. Die Code-Phrase war, wie viele Nades und Smokes man so schmeißen kann. Also kennt ihr Fixpunkt-Smokes und so weiter und so fort. Hat man das drauf. Ich habe dazu bereits wie immer alles ausgefüllt. Let's go, meine Damen und Herren. Danke für 23 Kommentare. Der Gewinner wird hier direkt gezogen. Und wie gesagt, man muss über seine Smoke-Kenntnis schreiben. Ich bin auch eher der Typ im Team, der smoked. Ja, ja, komm, komm. Ich würde sagen, es ist eine Art an der Grenze. Aber komm, Kurt, das zählt noch. Du hast somit gewonnen. Schreib mir bitte hier unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge bitte den Trade-Link bei deiner Kanalbeschreibung hinzu. Das kann man hier irgendwie... Ich kenne diese neue Beschreibung nicht. Ja, okay, das ist so wie früher. Neues halt anders und in der Mitte. Also Trade-Link reinballern und in diesem Video hier melden und dann geht's los. Und natürlich haben wir noch was Neues für euch. Und zwar diese SG553 Darkwing. Die heutige Gewinnfrage ist folgende. Warst du schon mal bei einer Operation dabei? Hast du schon mal eine gespielt? Oder ist die nächste, die neue Operation, deine Einführungs-Operation? Haut sie in die Kommentare. Let's go. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Viewer Games, Skin-Giveaways, Randkommen. Wir haben jetzt dann auch wieder ein Live-Giveaway für euch. Also rum. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe.